hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der division 2 mit dem händler reset ihr wollt mehr sehen oder mehr zu viel ins plötzlich aufpassen dann abonniert meinen kanal wir starten hier wieder im weißen haus beim anfangshändler und er hat hier kochbuch des anarchisten und zwar golangia ltd es ist ein rucksack und 10 prozent statuseffekt ja ein bisschen rüstungsregulation rüstung gesamtes dabei aber er hat dafür 170.000 rüstung also max top hier hatte 4,4 chance auf krit treffer 5,6 fertigkeiten schaden und einen leeren zusatzplatz also ich denke hier was schöneres drauf rollen dann ist das top und die das talent ist perfekte gemeinheit das einwenden eines status effect erhöht den gesamten waffenschalen 27 sekunden lang um 18 prozent weiter geht's hier hinten beim clan händler und er hat das scharfschützengewehr der weiße tot mit elf prozent scharfschützengewehr schaden 137 prozent kopfschuss schaden und 3,0 feuerrate hier unten die 3,0 raus und dann ist das ganze auch schon ein wenig schöner hat noch talent flinke hände kritische treffer plan einen gestapelten bonus von vier prozent auf das nachlei tempo die maximale stapelgröße beträgt 40 also wenn man darauf verzichten will entweder hier die feuerrate raus oder ein anderes talent drauf dann ist das ja eigentlich ganz interessant hier unten haben wir noch er die holdings handschuhe 15 prozent waffenschaden einfach top roll 8,5 gefahrenschutz 7,3 sprengsatz widerstand damit gefahrenschutz spielen will soll einfach hier unten was anderes drauf tun und noch mal der witz vom ganzen händler reset hier unten angriff system geschicklichkeit 8,3 kopfschuss schaden hier unten angriff system waffen ebenfalls noch mal 8,3 kopfschuss schaden also läuft man hier unten wieder mit den coolen mods weiter in new york bei marco siracusa der hat hier unten von gillagard einen rucksack mit 163 1100 rüstungen 8,9 fertigkeiten tempo 3749 rüstungs regeneration ein lernt verteidigermot platz und berechnet kills aus der deckung heraus verkürzen den aktiven cooldown von fertigkeiten um zehn prozent hier das fertigkeiten tempo von mir aus ross rollen was blaues drauf und dann ist das ganze eigentlich zum tanki und zum überleben recht gut so das war es dann auch schon wieder von händler reset gab mal wieder nicht viel außer viel mist natürlich und ansonsten gucken wir morgen wieder bei der kässe die hoffen nicht bessere sachen hat auch ein bisschen besser wie das letzte mal erstes mal einfach wieder anläuft weil raiden bringt einfach mehr wie die blöden händler und somit sagen wir wieder danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal servus zusehen und bis zum nächsten mal